Das Thema des heutigen Abends könnte aktueller kaum sein. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill I., segnet russische Bomben, die Menschen in der Ukraine töten. Die Regierung des ukrainischen Präsidenten Zelensky ordnet Durchsuchungen im berühmten Kiewer Höhlenkloster an, weil er dort Sympathisanten Russlands und illegale Materialien vermutet. Der Primus inter pares unter allen orthodoxen Kirchen, der Patriarch in Konstantinopel, Bartholomäus I., verlieh der orthodoxen Kirche der Ukraine die kirchliche Unabhängigkeit, erstmals in ihrer Geschichte 2018. Die russisch-orthodoxe Kirche brach daraufhin jegliche Beziehungen zur Mutterkirche in Konstantinopel ab. Dies nur als erste Spotlights auf die aufwühlende Thematik des heutigen Abends. Ich möchte aber dem anstehenden Vortrag nicht weiter vorgreifen, sondern nur auf eines verweisen. Kirchenkämpfe um die Ukraine und in der Ukraine stehen in einer langen Tradition. Vor etwa 80 Jahren gab ein Osteuropahistoriker ein Buch zur ukrainischen Kirchengeschichte heraus, das den Titel trug, Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine. Der Titel bezog sich vor allem auf die frühe Neuzeit, auf die sogenannte Union von Brest, mit der 1596 versucht wurde, das Schisma der Christenheit in eine Ost- und eine Westkirche zu überwinden, in den Gebieten speziell mit ukrainischsprachiger Bevölkerung und an die Stelle eine neue Kirche zu setzen. Und diese neue Kirche unterstand einerseits zwar dem Papst, blieb aber andererseits in ihrer slawischen Liturgie, in der Frage der Priesterehe und in ihrer Struktur dem byzantinisch-orthodoxen Erbe treu. Diese Kirche, die damals noch unierte Kirche, später dann griechisch-katholisch und noch später ukrainisch-katholisch genannt wird, gibt es bis heute in der Ukraine. Sie hat ihre Gemeinden fast ausschließlich im äußersten Westen, im historischen Galicien. Dort wollten sich Ukrainer, also dieses Gebiet, das zunächst noch unter polnischer und dann Habsburger Herrschaft stand, dort wollten sich die Ukrainer durch die Zugehörigkeit zu dieser Kirche, zu griechisch-katholischen Kirche von den Polen distanzieren, die ihrerseits der römisch-katholischen Kirche unterstanden. Auf der anderen Seite, in der russländisch beherrschten Ukraine, gab es im ausgehenden 19. Jahrhundert auch innerhalb der orthodoxen Kirche ähnlich zu heute den Kampf zwischen Anhängern einer ukrainisch ausgerichteten und einer eher russisch ausgerichteten orthodoxen Kirche, damals allerdings verdeckt, das, was heute in aller Öffentlichkeit passiert. Allein mit diesen wenigen Ausführungen möchte ich unterstreichen, die Ukraine bildet einen historischen Raum, in welchem die Verbindung von Religion und Ethnizität schon seit Jahrhunderten ungewöhnlich bedeutsam gewesen ist und in der sich die konkurrierende Nationsbildung von Russen und Ukrainern auch im frühen 20. Jahrhundert eins zu eins widerspiegelte. Wir machen nun heute einen Sprung in die Zeit von den jüngsten Jahren bis heute und aufgrund der Komplexität, der eben schon angedeuteten Komplexität der Materie, freut es mich ungemein, dass wir mit unserem heutigen Referenten, mit Professor Thomas Bremer, keinen größeren Experten in Deutschland hätten gewinnen können. Und das ganz Besondere, es ist der erste Vortrag, den Herr Bremer an seine Alma Mater nach seiner Emeritierung hält. Herr Bremer war von 1999 bis letztes Jahr, also 23 Jahre lang, Professor für Ostkirchenkunde und ökumenische Theologie am Institut für Ökumenik und Friedensforschung der Universität Münster. Sein Schwerpunkt sind just die christlich-orthodoxen Kirchen Osteuropas. Und er hat zahlreiche einschlägige Publikationen dazu vorgelegt, darunter 2007 ursprünglich erschienen, dann in viele Sprachen übersetzt, Kreuz und Kreml, kleine Geschichte der orthodoxen Kirche in Russland. Dann hat er 2000, jetzt habe ich mir nicht notiert mehr, welches Jahr, Religion und Nation, die Situation der Kirchen in der Ukraine herausgegeben. Und ganz jüngst zuletzt sorgte jetzt für aufsehend sein Artikel, genau vom 3. Januar diesen Jahres, den er zusammen mit Regina Elstner in der FAZ unter fremden Federn veröffentlichte mit dem Titel Religiöse Intoleranz in der Ukraine? Lieber Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Saal und im Zoom, in der Zoom-Übertragung. Vielen Dank, lieber Riccardo, für die freundliche Einführung und für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und es ist tatsächlich ein Thema, das von großer Aktualität ist. Selbst wenn man sich nicht so intensiv damit beschäftigt, hat man mitbekommen, dass es in den letzten Wochen eine große Dynamik tatsächlich, wie es ja im Vortragstitel auch heißt, in der religiösen Situation in der Ukraine gegeben hat. Und ich will versuchen, Ihnen die heute etwas aufzudröseln und etwas klarer zu machen, darzustellen. Dazu werde ich zunächst kurz etwas sagen über die religiöse Situation in der Ukraine. Also welche Kirchen haben wir? Welche gibt es? Wie sind die entstanden? Und dann über den Konflikt, den es zwischen den beiden größten dieser Kirchen gibt. Achso, das ist schon die erste Folie. Und im letzten Teil geht es dann eben um das Handeln des Staates, weil wir, wie Riccardo Wulpros gerade angedeutet hat, eben auch sehen können, dass die staatliche Religionspolitik in der Ukraine sich verändert hat oder anders agiert, als sie das früher getan hat. Jetzt gucke ich mal, ob das so klappt. Ja, genau. Also Kirchen und Religion in der Ukraine zunächst mal als Überblick. Da sehen wir, ich zähle die zunächst mal auf, zwei orthodoxe Kirchen, die wir heute haben. Die ukrainische orthodoxe Kirche, die heißen leider sehr ähnlich. Und das muss man etwas gucken, dass man die auseinanderhält. Die ukrainische orthodoxe Kirche und die andere heißt die orthodoxe Kirche der Ukraine. UOK und OKU. Das sind zwei orthodoxe Kirchen, um die es vor allem heute im Vortrag gehen wird, die in einer Konkurrenzsituation zueinander stehen und von denen jeder beansprucht, die legitime, wahre orthodoxe Kirche der Ukraine zu sein. Darüber hinaus gibt es, wie gerade genannt, die ukrainische, griechisch-katholische Kirche, die manchmal unter dem nicht korrekten, aber manchmal verwendeten Namen unierte Kirche oder unierte Christen, unierte Katholiken zu hören sind und bekannt sind. Eben eine katholische Kirche, eine sogenannte katholische Ostkirche, also eine katholische Kirche, die dem Papst untersteht, die aber den östlichen Ritus hat, die östliche Liturgie hat, die byzantinische. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie bis jetzt, das ändert sich vielleicht gerade langsam, aber dass sie zum Beispiel den alten julianischen Kalender verwendet, das heißt Weihnachten erst im Januar, Anfang Januar feiert, dass die Priester verheiratet sind, weil das eben die östliche Tradition ist, während die römisch-katholischen Priester bekanntlich nicht verheiratet sind und so weiter. Das sind ungefähr acht Prozent der Bevölkerung, die sich zur griechisch-katholischen Kirche bekennen, viel weniger zur römisch-katholischen Kirche, auch die sehr stark im Westen des Landes, oft mit einer, wie Frau Wulpius gerade gesagt hat, mit einer polnischen Tradition. Es gibt eine ganze Reihe von protestantischen Kirchen und Konfessionen und es gibt in der Ukraine traditionell auch Judentum, Islam und andere Religionsgemeinschaften. Judentum, weil im alten russischen Reich das Gebiet der Ukraine zu dem Ansiedlungsgebiet gehörte, in dem Juden siedeln mussten. Und deswegen ist diese ostjüdische Tradition, die Sie aus den Geschichten vom Städtel kennen, da vieles davon ist eben in Belarus oder in der Ukraine, spielt in Belarus oder in der Ukraine, bis zum Zweiten Weltkrieg. Diese ostjüdische Tradition ist fast völlig vernichtet worden im Zweiten Weltkrieg. Auch in der sowjetischen Zeit sind viele Juden danach ausgewandert. Man bemüht sich jetzt wieder, seit der Unabhängigkeit der Ukraine, das jüdische Leben zu revitalisieren. Aber das ist natürlich nicht so stark, wie es vorher gewesen ist. Islam ist interessant, ist auch autochton in der Ukraine, und zwar auf der Krim. Auf der Krim, die ursprüngliche Bevölkerung, sind die Krim-Tataren und das sind tatsächlich Muslime. Im Rest der Ukraine gibt es nicht so viele Moscheen und Moscheengemeinden und das sind dann meistens eben auch Tataren, die von dort, also die von der Krim kommen. Aber traditionell sind die Krim-Tataren eben muslimisch. Und andere, damit meine ich modernere Religionsgemeinschaften oder asiatische, fernasiatische, die es in sehr kleiner Zahl gibt. Es gibt eine Statistik, die erhoben wird von einem Staatskomitee für Nationalitäten und Religionen. Und die zählt insgesamt 98 Religionsgemeinschaften in der Ukraine zum Stand 1. Januar 2021. Dieses Staatskomitee ist ganz wichtig in verschiedener Hinsicht und es hat deswegen auch Bedeutung, weil man sich als Religionsgemeinschaft dort registrieren lassen muss, wenn man im Land aktiv sein will. Also wenn man zum Beispiel Gebäude mieten oder Konten eröffnen will oder sowas, dann muss man sich als Gemeinde, als Pfarrei sozusagen, als Einzelgemeinde dort registrieren lassen. Und das bedeutet, wir haben relativ genaue Zahlen darüber, wie viele Gemeinden die einzelnen Religionsgemeinschaften haben. Was wir nicht genau wissen, ist, wie viele Mitglieder sie haben, weil die Gemeinden natürlich unterschiedlich groß sein können. Also eine Gemeinde ist eine kleine Dorfkirche, wo einmal am Sonntag 15 Leute zum Gottesdienst kommen und eine Gemeinde ist auch eine große Kathedrale, die fünf Gottesdienste mit jeweils 300 Leuten pro Sonntag hat. Das zählt jeweils als eine Gemeinde. Deswegen sagt das nicht viel, es sagt ein bisschen was, aber nicht viel über die Angehörigen der Kirchen. Es gibt Versuche, mithilfe von Umfragen, die Zugehörigkeit zu den einzelnen Kirchen zu erforschen. Die sind aber alle sehr wenig belastbar und mit großer Distanz zu betrachten, sodass wir kaum valide Aussagen machen können über die Größen, nur über die, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, über die Zahl der Gemeinden und auch über die Zahl der Priester oder Pastoren oder auch Pastorinnen. Zunächst etwas zur Größe. Wenn Sie das jetzt angucken, die Tabelle, dann sehen Sie die Kirchen nochmal, ukrainische orthodoxe Kirche, orthodoxe Kirche der Ukraine, griechisch-katholische Kirche, römisch-katholische Kirche. Die Zahl der registrierten Gemeinden mit der Einschränkung, die ich gerade gemacht habe, also etwa 12.000, gut 7.000, 3.500 und etwas mehr als 1.000 Gemeinden. Nach dieser Zahl ist also die Zahl, ist die ukrainische orthodoxe Kirche mit großem Abstand die größte Religionsgemeinschaft. Noch zwei Zahlen, die ich interessant finde. Das eine ist die Zahl der Klöster und der Mönche und Nonnen, die in diesen Klöstern leben. Da sehen Sie, dass die ukrainische orthodoxe Kirche auch mit großem Abstand die größte Zahl an Klöstern hat. Wenn Sie mal gucken, die hat ungefähr so viele Klöster, wie die orthodoxe Kirche der Ukraine in der nächsten Zeile Mönche und Nonnen zusammen hat. Und die ukrainische orthodoxe Kirche hat mehr als 4.500 Bewohner und Bewohnerinnen der Klöster. Und die zweite Zahl, die ich interessant finde, ist die Zahl der Priester, der Amtsträger. Wenn Sie das angucken, dann sehen Sie, dass jede Religionsgemeinschaft weniger Priester hat, als sie Gemeinden hat. Es gibt keine, die jede Gemeinde mit einem Priester versorgen könnte. Besonders deutlich ist das bei der orthodoxen Kirche der Ukraine, wo es also bei 7.200 Gemeinden gerade 4.500 Priester gibt. Und eine interessante Zahl, in Klammern sehen Sie diejenigen von den Priestern, die keine ukrainischen Staatsbürger sind, sondern einen anderen Pass haben. Und dann können Sie bei der römisch-katholischen Kirche erkennen, dass mehr als die Hälfte der Priester Ausländer sind. Und meistens Polen, die eben in die Ukraine gegangen sind, um dort pastoral tätig zu sein, aber auch Priester, die aus anderen Ländern kommen, aus Italien oder Südamerika oder aus anderen Regionen. Und vielleicht noch ein Blick auf die anderen Religionsgemeinschaften. Baptisten, Pfingstler und charismatische Gruppen, Adventisten, da sehen Sie, da sind auch sehr große Zahlen, 3.000, 5.000, 1.000 Gemeinden, die man sagt, dass die Gemeinden in der Regel kleiner sind, aber jedenfalls sind das nicht zu vernachlässigende Größen. Ich habe letzte Woche mit einem Kollegen aus der Ukraine gesprochen, der mir gesagt hat, man könne eigentlich bezweifeln, dass die Ukraine ein orthodoxes Land ist, weil er vermutet, dass er, der selber orthodox ist, er vermutet, dass an einem durchschnittlichen Sonntag mehr Menschen in die evangelischen Gottesdienste gehen als in die orthodoxen. Und dann sehen Sie die Zahl der Muslime oder der Gemeinden der Muslime, der Moscheegemeinden. Da sehen Sie, das ist sehr deutlich, 2015 gab es 928 auf der Krim und im ganzen Rest der Ukraine, der ja viel größer ist, nur 291, daran kann man eben deutlich erkennen, dass das sich ein Phänomen ist, dass sich sehr stark die Tradition auf der Krim hat und sich auf die Krim konzentriert. Alles in allem 37.000 Gemeinden, Vereinen, Moscheegemeinden, Synagogengemeinden, die es gibt in der Ukraine. Und ich will noch darauf hinweisen, dass es Umfragen gibt, die darauf verweisen, dass es in der Ukraine einen hohen Grab an Religiosität gibt. Also wenn man fragt nach Dingen, woran die Leute glauben oder was sie tun, ob sie in die Kirche gehen oder ob sie kirchliche Regeln folgen, ob sie fasten, ob sie beten und so weiter, dann ist das in der Ukraine immer viel, viel höher als zum Beispiel in Russland oder als in vielen anderen Ländern. Also die Ukraine ist ein sehr, wenn man so will, ein sehr religiöses, ein sehr religiös geprägtes Land. Jetzt möchte ich gerne die beiden einzelnen, die beiden großen orthodoxen Kirchen vorstellen. Zunächst also die ukrainische orthodoxe Kirche. Sie war bis 1990 ein sogenanntes Exarchat der russischen orthodoxen Kirche. Das heißt, bis in der Zeit des russischen Kaiserreichs und eben auch in der Zeit der Sowjetunion gehörte ja die Ukraine oder der größte Teil der Ukraine politisch zu Russland und die Orthodoxie in der Ukraine war Russland untergeordnet, eingeordnet. Also der Metropolit von Kiew war ein Bischof der russischen orthodoxen Kirche. Und im Zusammenhang mit der Perestroika 1990 existierte noch die Sowjetunion, hat sich die ukrainische orthodoxe Kirche sozusagen umgestaltet oder hat ihre Organisationsform geändert und hat die Bezeichnung bekommen ukrainische orthodoxe Kirche anstelle des bisherigen Exarchats der russischen orthodoxen Kirche. Sie war aber noch Bestandteil nach 1990 bis ins letztes Jahr hinein, bis 2022, war sie Bestandteil der russischen orthodoxen Kirche, aber unter dem Namen ukrainische orthodoxen Kirche. Und sie hatte einen relativ, wie wir gleich sehen werden, einen relativ hohen Grad an Autonomie. Nämlich, ihr Status war der, so heißt es, einer selbstverwalteten Kirche mit Rechten einer weltweiten Autonomie. Das klingt nach großem Grad, im großen Grad von Selbstständigkeit. Diese Formulierung, die so in den Statuten der Kirche stand und die heute noch in den Statuten der russischen orthodoxen Kirche stehen, entsprechen eigentlich nicht dem orthodoxen Kirchenrecht. Das ist eine neue Formulierung, die man getroffen hat, als klar wurde, dass es in der Ukraine Selbstständigkeitsbestrebungen gab und dass die Kirche eben nicht mehr zur russischen Kirche gehören wollte, hat man diese Formulierung gefunden. Also ein Teil der russischen orthodoxen Kirche, aber mit einem hohen Grad an Selbstverwaltung. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass die ukrainische orthodoxe Kirche ihr Oberhaupt selber wählen konnte. Er musste auch nicht vom, oder es ist ein bisschen umstritten, er musste nicht bestätigt werden vom russischen Patriarchen, sondern es hieß gesegnet werden vom russischen Patriarchen. Dieses Oberhaupt, der Metropolit von Kiew, war automatisch immer Mitglied im Synod der russischen orthodoxen Kirche, im Leitungsgremium der russischen orthodoxen Kirche und hatte dort eine sehr prominente Position inne. Also es gab eine Verbindung mit der russischen Orthodoxie durch solche Dinge. Achso, und ein wichtiger Punkt, den wir gleich noch sehen werden, besteht darin, dass der russische Patriarch in den Gottesdiensten der ukrainischen orthodoxen Kirche immer kommemoriert wurde. Also dass man für ihn gebetet hat als Oberhaupt der Kirche. Bis 2019 war diese Kirche, die ukrainische orthodoxe Kirche, die einzige kanonische orthodoxe Kirche in der Ukraine. Das heißt, sie war die einzige Kirche, neben anderen, die es noch gab, die einzige Kirche, die von dem Rest der Orthodoxie anerkannt wurde. Also der Patriarch von Konstantinopel oder die Kirchen von Rumänien oder Serbien oder Bulgarien, andere orthodoxe Kirchen, Griechenland, haben nur die ukrainische orthodoxe Kirche als die einzige legitime, die einzige erlaubte oder eben, wie man das kirchlich sagt, kanonische Kirche in der Ukraine gesehen. Im Zusammenhang mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Selbstständigkeit, der politischen Selbstständigkeit der Ukraine 1990 bis 1992, haben sich noch zwei weitere orthodoxe Kirchen in der Ukraine gebildet. Also seit 1992 gab es drei orthodoxe Kirchen in der Ukraine. Die beiden anderen, vor allem eine von beiden, war auch relativ groß. Aber sie waren eben nicht kanonisch und galten sozusagen als Abspaltler oder Schismatiker. Mit dem Beginn des Krieges jetzt im Februar letzten Jahres hat sich die ukrainische orthodoxe Kirche sehr deutlich von Russland und von der russischen orthodoxen Kirche distanziert. Und es war natürlich ein gewisses Problem, wie man sich vorstellen kann, dass man Teil der russischen Kirche ist und dann beginnt Russland den Krieg. Man wird angegriffen, man wird bombardiert und bekämpft und soll gleichzeitig für den Patriarchen beten und den Patriarchen als das eigene Oberhaupt anerkennen. Der Metropolit, das Oberhaupt der ukrainischen orthodoxen Kirche, hat am ersten Tag, am 24. Februar, einen Aufruf veröffentlicht, gleich nach wenigen Stunden am Mittag, indem er den russischen Präsidenten Putin aufgefordert hat, die Truppen zurückzuziehen. Er hat gesagt, Russland hat eine Aggression begonnen. Er hat das sehr deutlich verurteilt. Und das hat später der Synod der Kirche, der ukrainischen orthodoxen Kirche, auch gemacht. Sie wissen, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Frau Wulpius hat es gerade am Anfang auch schon gesagt, dass der russische Patriarch den Krieg am Anfang vielleicht noch gar nicht so stark, aber dann immer mehr gerechtfertigt hat und ihn als einen legitimen, wie er das sieht, Verteidigungskrieg Russlands eigentlich gegen den Westen, also gegen die Ukraine, die aber vom Westen dominiert werde, so sieht er das, sieht. Und von dieser Positionierung sozusagen und überhaupt von der Idee, dass das ein richtiger und ein angemessener Krieg sei, hat sich die ukrainische orthodoxe Kirche eben distanziert. Einige Monate, drei Monate nach Kriegsbeginn, am 27. Mai letzten Jahres, 2022, hat die ukrainische orthodoxe Kirche dann ein Konzil veranstaltet, bei dem sie sich für unabhängig und selbstständig erklärt hat. Das heißt, sie hat ihre Beziehungen zur russischen Orthodoxie abgebrochen. Auch hier haben wir das Phänomen, dass unabhängig und selbstständig eigentlich keine Fachtermini sind. Es gibt einen Begriff, die Autokephalie, die Selbstständigkeit, die völlige Selbstständigkeit einer Kirche. Autokephal heißt mit eigenem Oberhaupt, also eine Kirche, die sich selber ein Oberhaupt wählt, dass da nicht mehr von niemandem mehr bestätigt werden muss. Diesen Begriff hat die ukrainische orthodoxe Kirche nicht verwendet. Und das heißt, sie hat also sich offensichtlich von Moskau abgetrennt, aber sie hat sich eben, sie ist jetzt in einem eigentlich unklaren, wenn man so will, einem Schwebezustand. Sie hat ein Statut veröffentlicht oder erst mal beschlossen und dann später auch veröffentlicht, aus dem deutlich wird, dass es keine, dass die Kirche keine Beziehungen zu Moskau mehr unterhält. Also die Idee, dass das, dass der Metropolit Mitglied des Moskau-Synods ist oder dass der Patriarch irgendetwas noch bestätigen könnte oder sowas, diese Idee ist nicht mehr, die gibt es nicht mehr, die ist aufgehoben worden. Die Folgen dieser Erklärung sind, dass man, das steht auch im Statut drin, dass man die liturgischen Kommemorationen geändert hat. Das heißt, kurz gesagt, man betet nicht mehr für den Patriarchen Kirill, sondern es wird jetzt so gemacht, dass jeder Priester im Gottesdienst nur noch für seinen eigenen Bischof betet. Der Bischof betet nur noch für den Metropoliten von Kiew und wenn der Metropolit von Kiew zelebriert, dann zelebriert er so wie das, wie ein Patriarch, wie das Oberhaupt einer anderen Kirche, indem er alle anderen Patriarchen kommemoriert. Also er nennt dann auch Kirill, aber eben in einer Reihe mit den anderen orthodoxen Patriarchen. Und das ist eine Art und Weise, zu den Gottesdienst zu feiern, wie das nur die Oberhäupter von selbstständigen Kirchen machen, von autokephalen Kirchen eigentlich machen. Ein zweiter Punkt ist, dass die ukrainische orthodoxe Kirche angefangen hat, Auslandsgemeinden zu gründen. Das gab es vorher auch nicht. Ukrainer, die zu dieser Kirche gehörten und die im Ausland gelebt haben vor dem Krieg, mussten entweder in eine russische Kirche gehen, russische orthodoxe Kirche hier im Ausland gehen, also zum Beispiel hier, oder eben in eine andere, in eine griechische oder rumänische. Aber es gab keine Auslandsgemeinden dieser Kirche, der ukrainischen orthodoxen Kirche. Und jetzt haben sie beschlossen, das zu tun und haben das auch angefangen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Gemeinden in Leipzig, in Berlin, in Köln, glaube ich, und noch irgendwo, also vier oder fünf in Deutschland und in einigen anderen westeuropäischen Ländern. Natürlich auch deswegen, weil so viele Ukrainer jetzt geflohen sind und jetzt hier leben. Und damit hat sie also auch einen Schritt gemacht, der verdeutlicht, wir sind nicht Teil der russischen Kirche und schicken unsere Leute im Ausland zu den russischen Gemeinden, sondern wir sind eben eine selbstständige Kirche. Und der dritte Punkt ist die sogenannte Myronweihe. Das heißt, Myron ist ein Salböl, das man für gewisse Sakramente braucht. Und das ist üblich, dass ein Patriarch das immer in einem großen Gottesdienst einmal im Jahr oder vielleicht manchmal sogar nicht nur einmal, seltener als einmal im Jahr weiht und dann an die Bischöfe und an die Gemeinden weitergibt. Und das haben die bisher aus Moskau bezogen. Und jetzt haben sie beschlossen, diesen Ritus der Weihe des Myron selber wieder in Kiew durchzuführen und damit auch nochmal ein Signal zu setzen, wir sind selbstständig und wir lassen uns nicht das von Moskau oder von irgendwoher anders geben. Der kanonische Status, habe ich gerade schon gesagt, ist jetzt unklar, weil sie eben keine Autokephalie deklariert haben. Zur Autokephalie gehört ja auch immer die Anerkennung durch andere orthodoxe Kirchen und sie sind eben auch von keiner, sie haben das ja auch nicht verlangt oder beantragt und sind auch von keiner anderen orthodoxen Kirche anerkannt. Es gibt zwar Bischöfe von anderen orthodoxen Kirchen, die zum Beispiel mit den Angehörigen dieser ukrainischen orthodoxen Kirche konzelebrieren und sie damit indirekt sozusagen anerkennen, aber es gibt eigentlich, sie haben eigentlich keinen kirchlichen, keinen kanonischen Status. Ein letzter Punkt ist, dass es praktisch keinen Kontakt, keinen Gesprächskanal zu den ukrainischen Behörden gibt. Die Beziehung zwischen der ukrainischen orthodoxen Kirche und der ukrainischen Regierung und den Behörden ist sehr schlecht. Das hängt auch damit zusammen, das muss man auch dazu sagen, das hängt auch damit zusammen, dass es in den Reihen dieser Kirche Bischöfe und Priester und Mitglieder, aber eben auch Bischöfe und Priester gegeben hat, die die russische Position vertreten haben und die mit den Russen kollaboriert haben. Es gibt einige Bischöfe, die die Ukraine verlassen haben und jetzt in Russland sind. Es gibt vor allem natürlich die Priester und Bischöfe in den besetzten Gebieten, die, wir können das nicht überprüfen, wie freiwillig und unfreiwillig, aber die jedenfalls sozusagen ein Teil der, wenn man so will, der Zivilgesellschaft, obwohl da wahrscheinlich nicht so viel zivil ist, aber ein Teil der Gesellschaft in diesen gesetzten Gebieten ist. Und das hat natürlich großes Misstrauen der Behörden und auch in weiten Kreisen der Bevölkerung erregt. Und dann die genannten, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, die von Frau Volkis gerade schon angedeuteten, etwa die Durchsuchungen und so weiter, haben auch dazu geführt und auch personelle Veränderungen bei den Behörden der Ukraine, die für Religion zuständig sind, haben dazu geführt, dass es keinen, praktisch keinen Gesprächskanal zwischen der ukrainischen orthodoxen Kirche und der ukrainischen Regierung gibt. Ich komme zur anderen, zur orthodoxen Kirche der Ukraine, also die Kirche, die mit der ukrainischen orthodoxen Kirche in einem Konkurrenzverhältnis besteht. Ich hatte vorhin gesagt, dass es seit 1992 außer der orthodoxen Kirche der Ukraine noch zwei andere Kirchen gegeben hat, die aber unkanonisch waren, die nicht anerkannt waren von der Weltorthodoxie. Und diese beiden Kirchen haben sich im Dezember 2018 zusammengeschlossen unter dem Namen orthodoxe Kirche der Ukraine. Das ist geschehen, dazu sage ich nachher auch nochmal was, das ist geschehen unter, auch unter Mitwirkung staatlicher Behörden. Vor allem war das sehr stark gepusht durch den damaligen Präsidenten Poroschenko. Das war damals in der Zeit des Wahlkampfs, um der zwischen ihm und Zelensky lief. Und Poroschenko hat sehr stark auf die kirchliche Karte gesetzt. Also im Dezember 2018 haben sich die, auch, das muss man auch dazu sagen, unter Assistenz sozusagen und Initiative des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, also des Ehrenoberhauptes der Orthodoxie, haben sich diese beiden Kirchen zusammengeschlossen in einem Konzil und als orthodoxe Kirche zur orthodoxen Kirche der Ukraine vereint. Dieser Zusammenschluss ist so gewesen, dass der ökumenische Patriarch von Konstantinopel alle Bischöfe, alle orthodoxen Bischöfe der Ukraine eingeladen hat zu diesem Konzil. Das heißt auch die der ukrainischen orthodoxen Kirche, der ersten Kirche, die ich gerade dargestellt hatte. Von denen hat aber niemand oder zwei nur von 90 Bischöfen insgesamt daran teilgenommen. Das heißt, was faktisch die Idee war, ist, alle orthodoxen Kirchen und alle orthodoxen Jurisdiktionen und Bischöfe in der Ukraine zu vereinen. Aber das Ergebnis war praktisch, dass aus drei Kirchen zwei geworden sind. Die beiden unkanonischen haben sich vereint und die andere ist praktisch unverändert so geblieben. Kurz darauf, im Januar 2019, hat der Patriarch von Konstantinopel der orthodoxen Kirche der Ukraine die Autokephalie verliehen. Das heißt, er hat sie anerkannt als die selbstständige Autokephale Kirche der Ukraine und eben des Staates oder des Landes Ukraine mit dem Hinweis darauf, dass die Jurisdiktion dieser Kirche sich auf das Staatsgebiet der Ukraine erstreckt. Das hat dazu geführt, dass auch schon vorhin angedeutet in der Einleitung, dass es zu einem Bruch gekommen ist in den kirchlichen Beziehungen zwischen Konstantinopel und Moskau. Das Patriarchat von Moskau, die russische orthodoxe Kirche, hat bereits im Vorfeld, also im Herbst 2018 vor diesem Zusammenschluss, als ich das ankündigte, die Beziehungen zu Konstantinopel abgebrochen. Das sieht man, kann man daran erkennen, dass der Moskauer Patriarch, wenn er jetzt den Gottesdienst feiert, den Patriarchen von Konstantinopel nicht mehr kommemoriert. Er nennt den nicht mehr, sondern er fängt dann mit dem Nächsten in der Reihenfolge sozusagen an. Er hat ihn exkommuniziert sozusagen, aus seiner Kommunion, aus seiner Gemeinschaft ausgeschlossen. Und es bedeutet faktisch, dass Angehörige der russischen orthodoxen Kirche, wenn sie zum Beispiel in Kirchen oder ja, dass sie nicht die Sakramente empfangen können in Kirchen des Patriarchats von Konstantinopel und umgekehrt, wenn sich alle an ihre Regeln halten. Also zum Beispiel russische Touristen, die es ja in nicht geringer Zahl gibt, die in der Türkei sind, gewesen sind vor dem Krieg, also seit Anfang 2019, können, wenn sie sich an die Regeln ihrer Kirche halten, nicht den Gottesdienst der orthodoxen Kirchen von der Gemeinden in den Kirchen des Patriarchats von Konstantinopel besuchen. Und es bedeutet zum Beispiel auch für uns hier in Deutschland, es gibt hier eine orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland, dass die drei, sind es russischen Bischöfe von insgesamt etwa 15 orthodoxen Bischöfen, die es in Deutschland gibt, dass die nicht mehr an den Sitzungen dieser Bischofskonferenz teilnehmen, weil die russische Kirche beschlossen hat, jedes Gremium zu boykottieren, dem ein Vertreter des Patriarchats von Konstantinopel vorsitzt. Also das hat sehr massive Folgen gehabt für die Weltorthodoxie, die bis heute ungelöst sind und ich sehe auch nicht, wie das irgendwie sich ändern würde oder wie es da zu einer Lösung kommen könnte. Die beiden, ich habe gerade gesagt, oder Sie sehen es hier, die beiden unkanonischen Kirchen haben sich zusammengeschlossen, haben die Kanonizität durch Konstantinopel erlangt. Damit haben wir jetzt sozusagen, oder hatten wir zwei kanonische orthodoxe Kirchen, die eine eben über Moskau sozusagen, die andere über Konstantinopel und es gab eine Reihe von Gemeinden, die aus der ukrainischen orthodoxen Kirche übergetreten sind zur neuen Kirche, zur orthodoxen Kirche der Ukraine. Ein Hinweis darauf, dass es Menschen gab, Gemeinden gab, die nicht so zufrieden waren mit der irgendwie zur russischen Kirche zu gehören, auch wenn man eine relative Autonomie hatte, aber die auch nicht unkanonisch sein wollten. Und jetzt hatten sie eine kanonische Alternative. Jetzt konnten sie zur neuen Kirche übertreten, zur orthodoxen Kirche der Ukraine und dann eben wieder zur Weltorthodoxie gehören. Die orthodoxe Kirche der Ukraine ist inzwischen von drei weiteren orthodoxen Kirchen anerkannt, nämlich außer Konstantinopel, vom Patriarchat von Alexandria, dann von der griechischen orthodoxen Kirche und von der orthodoxen Kirche von Zypern. Also diese vier jetzt mit Konstantinopel Kirchen haben inzwischen die orthodoxe Kirche der Ukraine als autokefale Kirche anerkannt. Die anderen ungefähr zehn, das ist etwas umstritten, aber die etwa zehn anderen autokefalen Kirchen haben das nicht getan, sondern sie erkennen wenigstens implizit die andere, die ukrainische orthodoxe Kirche an. Moskau hat bei diesen drei Kirchen jedes Mal so reagiert wie bei Konstantinopel, nämlich durch den Abbruch der kirchlichen Beziehungen. Man hat also diese Kirchen dann auch aus russischer Perspektive, aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen. Interessant ist vielleicht und ein bisschen absurd könnte man fast sagen, dass es jetzt eine ganze Reihe von Kirchen gibt, also zum Beispiel die Serben oder die Rumänen oder die Bulgaren, die sowohl mit Moskau als auch mit Konstantinopel in Gemeinschaft sind, obwohl diese beiden untereinander eben nicht in Gemeinschaft sind. Also die rumänische Kirche erkennt den Patriarch Kirill von Moskau an und sie erkennt den Patriarchen Bartholomaios von Konstantinopel an, obwohl die eben im Streit sind oder mindestens einseitig, mindestens von Moskauer Seite her im Streit sind über die Situation in der Ukraine. Und man kann, ich würde fast das beschreiben als eine Art Lähmung der Orthodoxie. Man kann nicht erkennen, dass andere Kirchen, es gab einige wenige Versuche, aber dass es eine Initiative gäbe, aus dieser Situation, aus dieser blockierten Situation herauszukommen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass beide Hauptakteure in dem Konflikt Moskau und Konstantinopel sehr klar der Meinung sind, dass sie auf der richtigen Position sind. Der Patriarch von Konstantinopel hat gesagt, er habe eine Entscheidung getroffen und damit sei das Problem gelöst. Und der Patriarch von Moskau sagt eben, Konstantinopel habe sich unkanonisch verhalten und müsse bereuen und wieder den alten Zustand herstellen, sonst gäbe es keine andere Lösung. Deswegen ist es nicht zu sehen, wie es irgendwie zu einer Auflösung dieser schwierigen Situation kommen könnte. Die orthodoxe Kirche der Ukraine hat im Gegensatz zur ukrainischen orthodoxen Kirche sehr gute Beziehungen zum ukrainischen Staat. Das eine betrifft die Entstehung. Ich habe gerade schon gesagt, dass der frühere Präsident Poroschenko, als er noch Präsident war, seinen Wahlkampf unter das Motto Armee Sprache Glaube gestellt hat. Also Armee natürlich die ukrainische und nicht die russische. Das war ja 2019 schon angesichts der Okkupation der Krim und Annexion der Krim und der sogenannten Volksrepubliken im Donbass. Mit Sprache meinte er natürlich ukrainische Sprache und nicht russisch. Und mit Glaube meinte er eine einzige eben ukrainische Kirche. Und man kann sagen, wenn man zynisch ist, er hatte einen gewissen Erfolg damit. Ein Jahr vorher, 2018 im Frühjahr, war er bei Umfragen Nummer 5 in der Liste der Kandidaten. Und er hat es durch die Kampagne, wo eben auch die kirchliche Frage eine wichtige Rolle spielt, geschafft, dass er mit Selensky in die Stichwahl gekommen ist. Die hat er zwar dann stark oder sehr deutlich verloren gegen Selensky, aber es war eben ein Thema, mit dem er sein Rating gehoben hat, angehoben hat. Und die Begünstigung habe ich hier hingeschrieben. Es gab einige Gesetze. Ich gehe nachher nochmal etwas drauf ein. Einige Gesetze, die zum Beispiel den Übertritt von Gemeinden von der ukrainischen orthodoxen Kirche zur orthodoxen Kirche der Ukraine erleichtern sollten oder die auf andere Art und Weise die neue Kirche, die orthodoxe Kirche der Ukraine sozusagen bevorzugten. Jedenfalls das Problem, dass die ukrainische orthodoxe Kirche hat, dass sie kaum einen Kommunikationskanal mit den staatlichen Behörden hat, dieses Problem hat die orthodoxe Kirche der Ukraine nicht. Die Streitpunkte zwischen diesen beiden Kirchen, auf die will ich jetzt eingehen. Zunächst mal ist die Frage der Kanonizität und zwar in zweifacher Hinsicht. Die Kanonizität der Gründung der Kirche und dann kommt die der Hierarchie, die Gründung. Ich habe gerade gesagt, der Patriarch von Konstantinopel hat die Initiative ergriffen, hat zu einem Konzil eingeladen, die neue Kirche hat sich gegründet und er hat ihr die Autokephalie verliehen. Das ist aus zwei Gründen strittig oder wird bestritten. Die Legitimität dieses Akts wird von Moskau aus zwei Gründen bestritten. Der eine Grund ist, dass Moskau die Ukraine als sein, wie man das nennt, kanonisches Territorium beansprucht, also als das Gebiet, für das Moskau zuständig sei und dann mit dem Argument, ihr Konstantinopel habt in unserem Territorium keine Entscheidungen zu treffen und keine Prozesse zu initiieren, sondern das ist, wenn, das ist unser Problem. Es gibt ja schon eine kanonische Kirche und wenn die anderen kanonisch werden wollen, sollen sie eben zu uns kommen. Das war so etwas verkürzt und etwas lapsig ausgedrückt, die Position Moskaus. Das ökumenische Patriarchat hat A, die These vertreten, dass eigentlich historisch gesehen seit dem 17. 17. Jahrhundert oder es gab im 17. Jahrhundert einen faktischen Übergang der Zugehörigkeit, der kirchlichen Zugehörigkeit von Kiew, von Konstantinopel zu Moskau und das ökumenische Patriarchat hat jetzt im Jahr 2018 versucht, diesen Schritt wieder rückgängig zu machen und eben gesagt, eigentlich sind wir doch zuständig, es ist unser Territorium und es hat den Anspruch, dass der ökumenische Patriarch das eben überall machen kann. Also die Idee ist, der ökumenische Patriarch kann Autokephalien verleihen. Das wird aber von Moskau und man muss sagen, auch von vielen anderen orthodoxen Kirchen bestritten. Die Frage kann ich nicht lösen und die ist auch nicht lösbar, glaube ich, aber es ist wichtig zu sehen, dass es da zwei verschiedene Ansichten gibt und das natürlich dann, wenn man in einer solchen Situation agiert und einfach einen Schritt setzt, man damit rechnen muss, dass es zu einem Problem kommt. Die Kanonizität der Hierarchie von den beiden nichtkanonischen Kirchen, die ich vorhin genannt habe, ist eine von einem Metropoliten geleitet worden namens Philaret, eine schillernde Figur mit einer langen Geschichte in der ukrainischen Kirchengeschichte, einer langen Biografie, der wegen verschiedener, aus verschiedenen Gründen von der, der früher zu Moskau gehört hatte und der von der Moskauer orthodoxen Kirche exkommuniziert und in den Laienstand zurückversetzt worden ist. Das heißt, sie haben ihn also aus der Kirche ausgeschlossen und sie haben ihm seine kirchlichen Würden entzogen. Diese Akte, die Exkommunikation und die Zurücksetzung in den Laienstand ist von allen anerkannt worden, auch von Konstantinopel. Dieser Philaret hat, als er also damals aus allgemein orthodoxer Sicht exkommuniziert war und Laie war, das jetzige Oberhaupt der orthodoxen Kirche der Ukraine zum Priester geweiht und zum Bischof geweiht. Das heißt, zumindest aus katholischer Sicht, die ja zum Glück hier nicht anzuwenden ist, aber müsste man sagen, das geht überhaupt nicht oder da könnte man vielleicht sogar eine Lösung, so muss man sagen, könnte man eher noch eine Lösung finden. Aus orthodoxer Sicht ist das sehr, sehr schwierig. Der ökumenische Patriarch hat erklärt im Herbst 2018, dass er alle Bischöfe und eben auch diesen Philaret und diesen Epiphani, das Oberhaupt der orthodoxen Kirche der Ukraine, dass er sie in seine Gemeinschaft aufnimmt, aber es ist theologisch umstritten, ob der ökumenische Patriarch das kann, ob er durch eine Erklärung sozusagen einen solchen Akt wieder rückgängig machen kann. Auch hier muss man sagen, beide Seiten haben unterschiedliche Standpunkte, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen, wo es keine endgültige Lösung gibt. Man müsste, wenn man das irgendwie heilen will, glaube ich, sehr fantasievoll und ganz anders denken als in diesen starren, sozusagen kanonischen Vorstellungen. Aber das ist, die Überschrift heißt hier ja Streitpunkte, das ist ein Streitpunkt oder jetzt eben zwei in den Klammern, die die Kanonizität dieser Kirche betrifft. Das Zweite ist die Größe. Die streiten sich darum, welche denn der Kirchen größer ist. Zahl der Gemeinden haben wir vorhin gesehen. Das ist ziemlich eindeutig, wobei es so ist, dass wahrscheinlich ein großer Teil der Gemeinden der ukrainischen orthodoxen Kirche sich in den besetzten Gebieten oder ein relativ großer Teil in den besetzten Gebieten im Osten befinden. Der Osten ist zwar weniger religiös, der Osten der Ukraine, der Donbass, aber dort überwiegen, dort überwiegt sehr, sehr stark die ukrainische orthodoxe Kirche. Das heißt, und vielleicht sollte man dazu sagen, es gibt auch nach dem, es war nach dem oder ist immer noch nach dem Religionsgesetz der Ukraine relativ einfach, eine Gemeinde zu gründen. Und das hat man am Anfang vor allem nach 1990 sehr stark gemacht, um überall präsent zu sein. Es ist nicht so einfach, eine wieder zu liquidieren, wenn sie mal gegründet ist, auch wenn die gar nicht mehr existiert. Das heißt, bei allen Kirchen gibt es wahrscheinlich auch Phantomgemeinden. Die Zahl der Mitglieder, habe ich am Anfang angedeutet, ist schwer zu erheben. Die Umfragen, das Problem ist, dass die Umfragen sehr, zum einen habe ich den Eindruck, dass die oft fast manipulativ sind, weil zum Beispiel immer gefragt wird nach der ukrainischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Das steht dann immer dabei, obwohl die Kirche nicht so heißt und ja eben auch seit Mai nicht mehr sich zum Moskauer Patriarchat zählt. Wenn Russland einen Krieg gegen die Ukraine macht und ich bin Ukrainer, ist es schwer anzukreuzen, ich gehöre zu Moskauer Patriarchat. Häufig bei den Umfragen wird zum Beispiel auch die Namen der Oberhäupter der Kirchen stehen in Klammern dahinter und es gibt ein Institut, das mal den Versuch gemacht hat, man hat gefragt, welche Kirche gehören sie an und hat die Leute das dann ankreuzen lassen und dann kamen irgendwie zehn andere Fragen und dann hat man nochmal gefragt, welche Kirche gehören sie an, hat aber die Reihenfolge im Fragebogen der Kirchen verändert und man hat sofort signifikant andere Ergebnisse bekommen. Das heißt, dies ist sehr schwierig, etwas zu sagen über die Zahl der Mitglieder und das ist dann natürlich, wenn es schwierig ist, ein beliebtes Thema, um sich darüber zu streiten. Übertritte von Gemeinden. Ich habe vorhin gesagt, dass die Gemeinden übergetreten sind von der ukrainischen Orthodoxen Kirche zur Orthodoxen Kirche der Ukraine und das Letztere dadurch gewachsen ist. Das ist ein Prozess, der sehr interessant ist. Ich zeige Ihnen gleich mal so die Dynamik dieses Prozesses. Auch das ist umstritten. Es gibt Fälle, mindestens, also es gibt Fälle, wo Gemeinden übergetreten sind. Es gibt Fälle, wo Gemeinden sich gespalten haben, wo ein Teil der Gemeinde sagt, wir wollen nicht mehr bei euch bleiben, sondern wir gehen zur Orthodoxen Kirche der Ukraine und ein Teil der Gemeinde, häufig mit dem Priester, will bei der ukrainischen Orthodoxen Kirche verbleiben. Das heißt, dann bekommt zwar die Orthodoxe Kirche der Ukraine eine weitere Gemeinde, aber die ukrainische Orthodoxe Kirche wird deswegen ja nicht kleiner, weil die dann eben der Rest der Gemeinde sich nochmal als Gemeinde wieder registrieren lässt. Es gibt Fälle, wo politische Gemeinden, also Stadträte, Gemeinderäte, politische Räte beschlossen haben, zum Beispiel jetzt im Krieg ist das häufig gewesen, dass sie die Tätigkeit der ukrainischen Orthodoxen Kirche auf ihrem Stadtgebiet verbieten und dann die Kirchen haben versiegeln lassen oder Schloss haben austauschen lassen und eben die Kirche der neuen, der Orthodoxen Kirche der Ukraine übergeben haben. Das entspricht natürlich nicht der ukrainischen Verfassung, dass man, dass ein Dorfgemeinde oder ein Stadtrat eine Kirche verbieten kann. Die ukrainische Orthodoxe Kirche versucht gegen solche Fälle auch gerichtlich vorzugehen, wobei das jetzt natürlich in den Zeiten des Krieges sehr, sehr schwierig ist, aber auch das ist ein Punkt, der höchst umstritten ist. Sie sehen hier mal die Zahl der Übertritte von der ukrainischen Orthodoxen Kirche zur neuen und Sie sehen, als das begann, Dezember 18 und dann, als die neue Kirche Auto-Kefal war, Januar, Februar, März, waren das sehr viele, 150, 230 und so weiter Übertritte und hat dann nachgelassen. Im Mai waren es noch, Mai 2019 war es nur eine Gemeinde. Mai 2019 hat Selensky die Stichwahl gewonnen, das heißt auch die politische Unterstützung war dann vorbei. Und dann waren das sehr wenige. Sie sehen, im ganzen Jahr 2020 waren es nur sechs Gemeinden, 2021 waren es nur elf Gemeinden. Im Februar dieses letzten Jahres war es auch nur eine und dann beginnt es wieder mit dem Krieg. Im Februar hat der Krieg begonnen und Sie sehen dann 54, 104, 200, lässt dann aber nach dem Sommer wieder nach. Also wir haben zwei Wellen sozusagen. Die erste Welle war nach der Auto-Kefalie-Erklärung der orthodoxen Kirche der Ukraine und die zweite Welle nach Kriegsbeginn. Aber beide Wellen haben sozusagen wieder abgenommen. Ich habe jetzt leider vergessen, das zu addieren und schaffe das so schnell nicht. Aber wenn ich mich nicht täusche, waren das irgendwie so um die 800 oder 1000 Gemeinden. Das ist eine ganze Menge. Aber wenn wir von 12.500 zu 7.000 sprechen, ist es auch nicht so, dass das jetzt die gesamte Kirche oder ein großer Teil der gesamten Kirche übergetreten sein. Also es ist nicht wenig, aber es ist auch nicht so, dass das viel gewesen sein. Und ich vermute, dass man die Einigung der Kirchen, wenn man das will, nicht durch Übertritte zusammenbringt. Es wird nie so sein, dass die dann alle irgendwann mal übertreten, sondern man muss andere Prozesse finden, um das zustande zu bringen. Der letzte von den Streitpunkten ist der Name der ukrainischen orthodoxen Kirche. Das ist natürlich ein ganz klasse Name, ne? Ukrainische orthodoxe Kirche. Das ist so eben wie auch griechische orthodoxe oder serbische orthodoxe. Also wir sind die orthodoxe Kirche des Landes. Und so heißt eben seit 1990 die, ich sag mal, die alte Kirche, die ukrainische orthodoxe Kirche. Und orthodoxe Kirche der Ukraine klingt ein bisschen holpriger und impliziert, dass es vielleicht mehrere orthodoxe Kirchen der Ukraine geben könnte. Deswegen hat die orthodoxe Kirche der Ukraine von Anfang an auch diesen Namen beansprucht. Sie hat sich zum Beispiel Bistümer registrieren lassen unter diesem oder unter dem Namen orthodoxe Kirche der Ukraine, Klammer auf, ukrainische orthodoxe Kirche. Also den Namen, der jetzt noch besetzt ist. Sie haben vielleicht mitbekommen, sage ich gleich noch, dass es ein Gesetz gibt, dass die ukrainische orthodoxe Kirche ihren Namen ändern müsse. Und dann wäre der frei. Und dann könnte die orthodoxe Kirche der Ukraine eben diesen Namen beanspruchen. Aber jedenfalls, es ist ohnehin schon kompliziert mit den Namen, weil die eben so ähnlich sind. Aber es wird nicht leichter dadurch, dass die orthodoxe Kirche der Ukraine eben auch gerne ukrainische orthodoxe Kirche heißen würde. Der letzte Unterpunkt ist das staatliche Handeln in einigen wenigen Beispielen, die ich bringen will. Das eine, habe ich schon gesagt, die Gründung der orthodoxen Kirche der Ukraine, also das Engagement von Präsident Poroschenko. Man muss auch dazu sagen, es gab vorher schon in der Geschichte der unabhängigen Ukraine, also in den letzten 10 und 20 Jahren die Idee, diese missliche Lage mit mehreren sich bekämpfenden orthodoxen Kirchen in der Ukraine zu lösen, die aber nie funktioniert hat. Und Poroschenko ist derjenige, also funktioniert hat es natürlich auch nicht letzten Endes, aber der das sozusagen am aktivsten betrieben hat. Und es ist, er war, also dieses Konzil, das im Dezember 2018 die beiden Kirchen, die beiden unkanonischen Kirchen vereint hat und die orthodoxe Kirche der Ukraine gegründet hat. Das hat hier, wenn ich das richtig sehe, ist hier das Plakat, genau, in der Sophien hier, das ist die Sophien-Kathedrale in Kiew, eine, die bedeutendste Kirche der ukrainischen Christenheit. Dort, und diese Kathedrale ist ein Museum und gehört dem Staat und gehört keiner von den Kirchen. Und manchmal zu kirchlichen Gelegenheiten wird sie eben Kirchen zur Verfügung gestellt. Und in dieser Kathedrale hat das Konzil am 15. Dezember 2018 stattgefunden und am Präsidiumstisch saßen vier, fünf Bischöfe und eben der Präsident Poroschenko. Und derjenige, der dann der wartenden Menge das neue Oberhaupt präsentiert hat, war auch der Präsident. Also man kann das sehr, sehr deutlich sehen, dass es da ein großes Engagement für diese Kirche gegeben hat. Und das betrifft auch so Dinge wie die Förderung der Übertritte. Nachdem es keine Mitgliederverzeichnisse der Kirchen gibt und wir eben deswegen auch nicht wissen, wie viele Mitglieder die Kirchen haben, ist es nicht klar, wer denn beschließen kann, ob eine Gemeinde übertritt. Die Leute, die zufällig zu dieser Versammlung kommen oder die immer am Sonntag zur Kirche kommen oder alle, die in dem Dorf leben und die vielleicht nur Ostern und Weihnachten zur Kirche kommen oder sowas. Und das hat sehr viel Schwierigkeiten verursacht, weil es gab wohl eine ganze Reihe von Fällen, wo eine Mehrheit der Bewohner eines Ortes zum Beispiel für einen Übertritt gewesen ist, aber die Minderheit derjenigen, die in der Kirche aktiv waren und die zum Gottesdienst gegangen sind, bei der ukrainischen orthodoxen Kirche bleiben wollten, oft mit dem Priester. Und dann gab es eine Abstimmung und die Mehrheit hat natürlich dann die Abstimmung gewonnen. Die Kirche wurde registriert unter der orthodoxen Kirche der Ukraine. Aber jetzt sage ich etwas karikierend, die haben jetzt eine Kirche, aber sie gehen nicht hin und sie haben auch keinen Priester. Und der Rest der Gemeinde mit dem Priester trifft sich dann in einer Garage oder in der Privatwohnung des Priesters. Es gibt auch Fälle, wo man sich die Kirche geteilt hat. Also das waren sehr umstrittene Aktionen manchmal. Und man muss natürlich auch sagen, es ist nicht so ein Problem in der Stadt, wo man um die Ecke gehen kann und dann gibt es eine andere Kirche. Aber im Dorf, wo es nur eine Kirche gibt und wo es dann um das Kirchengebäude geht und wo man sich auch von Tag zu Tag sozusagen auf einer Alltagsbasis begegnet und hier irgendwie miteinander auskommen muss, ist das viel, viel schwieriger. Das Dritte ist das Gesetz zur Namensänderung der ukrainischen orthodoxen Kirche. Ein Gesetz, das damals 2019 in das Parlament eingebracht wurde und jetzt im Dezember 2022, im letzten Jahr, also vor vier Wochen, sechs Wochen, hat das Verfassungsgericht, das angerufen worden ist, festgestellt, dass dieses Gesetz verfassungsgemäß ist. Und das Gesetz sagt folgendes. Eine Kirche, die ihren Hauptsitz oder ihr Hauptorgan, ihr Leitungsorgan in einem Land hat, das vom ukrainischen Parlament als Aggressorstaat definiert worden ist, muss den Namen dieser Kirche in diesem Aggressorland in ihrem eigenen Namen tragen. Also auf Deutsch gesagt, wenn man feststellt, dass die ukrainische orthodoxe Kirche ein Teil der russischen orthodoxen Kirche ist, dann muss sie ihren Namen ändern in russische orthodoxe Kirche in der Ukraine. Das ist etwas, was jetzt gerade diskutiert wird. Das Staatskomitee für Nationalitäten und Religionsangelegenheiten hat ein Komitee eingesetzt von Fachleuten, dass das untersuchen soll. Das ist widerstrittig, weil dieses Komitee praktisch nur aus Anhängern, aus überzeugten und deutlichen Anhängern der orthodoxen Kirche der Ukraine besteht und das dann ziemlich klar ist, was da rauskommen soll. Aber die Frage, um die es eigentlich geht, ist, gehört die ukrainische orthodoxe Kirche zu Moskau oder nicht? Ist sie unabhängig? Ist sie selbstständig und hat nichts mit Moskau zu tun? Dann kann sie auch mit ihrem Namen so weiter existieren. Oder ist sie ein Teil der russischen Kirche? Dann muss sie eben nach diesem Gesetz ihren Namen, nach dem Gesetz, das jetzt verfassungsmäßig ist, muss sie ihren Namen ändern. Dann auch schon angedeutete Durchsuchungen. Das hängt zusammen mit verschiedenen, mit einer Änderung eigentlich kann man sagen, der Religionspolitik. Im Sommer gab es einen neuen Chef des Geheimdienstes, der sich jetzt intensiver mit dieser Frage der Kirchen beschäftigt. Präsident Zelensky hat einen neuen Religionsberater, hat sich selber auch geäußert zur Wichtigkeit von Religion, also von einem religiösen Faktor in diesem Krieg. Und der Direktor oder die Direktorin dieses Staatskomitees für Religionsangelegenheiten wurde ersetzt durch einen Mann, der sehr klar ein Anhänger der orthodoxen Kirche der Ukraine ist und das immer sehr deutlich gesagt hatten, sich auch für ein Verbot der ukrainischen orthodoxen Kirche ausgesprochen hat. Und dazu gehörte, dass der Geheimdienst der Ukraine eine Reihe von Klöstern durchsucht hat, einige Häuser, Wohnungen von Bischöfen und von Priestern. Interessanterweise ist mir als nicht so Facebook-affiner Mensch aufgefallen, dass der Geheimdienst die Bilder von solchen Durchsuchungen ins Internet stellt. Man kann sich die also angucken und zwar nicht nur von kirchlichen, sondern auch sonst. Wenn die irgendwelche Spione festnehmen oder sowas, dann kann man das alles gucken. Das wird so ein bisschen verpixelt, aber man kann alles erkennen. Was ich dort gesehen habe, an was sie da gefunden haben, das war dann meistens Literatur oder Dinge, die irgendeinen Bezug zu Russland hatten, Bilder des Patriarchen oder sowas, die halt in diesen Klöstern oder in diesen Gemeinden waren. Da sind, nach meinem Dafürhalten ist das relativ harmlos oder es ist geschmacklos vielleicht, aber jedenfalls nichts verboten ist oder nichts, was irgendwie sozusagen also stark anti-ukrainisch oder wirkungsvoll anti-ukrainisch gewesen wäre. Aber natürlich ist das sehr, sendet man damit Signale aus, wenn man eben die Klöster durchsucht und es gibt eben auch Fotos von einem Priester, den man also, der so dann an der Wand stieg und seine Hände an der Wand hat und nur mit Unterwäsche begleitet ist oder ein Bischof, ein alter Mann, der offenbar verwirrt ist und auch nicht so weiß, was ihm geschieht. Also es ist sozusagen ein Mittel, um Signale auszusenden. Und das Letzte, was man könnte noch einige Sachen mehr sagen, also Entzug von Staatsbürgerschaft hat es auch gegeben, aber jetzt die Kirchen, die alten Kirchen in der Ukraine, die gehören alle dem Staat, wie eben auch die Sophienkathedrale, deren Bild hier hängt. Und das Höhlenkloster natürlich auch. Das ist offiziell, ist das ein Museum und ein Teil, ein großer Teil des, also der allergrößte Teil des Höhlenklosters ist der ukrainischen orthodoxen Kirche unter dem russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch auf, ich glaube sogar auf unbegrenzte Zeit oder auf lange Zeit zur Verfügung gestellt worden. Und zwei Kirchen, eine davon eine sehr prominente, ganz oben im Höhlenkloster, die als praktisch als Kathedrale des Metropoliten gedient hatte. Da hat der, die staatliche Behörde einige Tage vor dem Jahreswechsel gesagt, dass sie den Mietvertrag ab dem Jahreswechsel nicht mehr verlängern würde. Und dann war es so, dass sie eben ausgelaufen ist. Da gibt es jetzt auch und die Kirche, die ukrainische orthodoxe Kirche, diese beiden Kirchen nicht mehr verwenden konnte. Sie hat andere Gebäude, den Sitz des Metropoliten, die Akademie und auch andere Kirchen in anderen Teilen des Höhlenklosters, aber eben nicht mehr diese prominente Kirche. Und es ist auch eine Kommission eingesetzt worden, die jetzt überlegen soll, was mit dieser Kirche geschieht. Aber man hat schon sozusagen außerhalb der Reihe dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche der Ukraine gestattet, dass man am 7. Januar morgens den Weihnachtsgottesdienst, nach dem orthodoxen, nach dem julianischen Kalender, in dieser Kirche, die man gerade vorher der anderen Kirche weggenommen hat, dass er dort den Gottesdienst feiert. Auch das hat natürlich, können Sie sich vorstellen, dazu beigetragen, dass die Beziehungen eher frostiger und schwieriger geworden sind, als sie es gewesen sind. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken und mache noch ganz kurz drei Sätze. Entschuldigung, dass ich überziehe. Was können wir denn erwarten, wenn das so weitergeht? Was wir jetzt sehen, ist in der Ukraine eine gesellschaftliche Isolation der ukrainischen orthodoxen Kirche. Das kann man jetzt schon sehen. Das hängt auch zusammen mit der Art und Weise, wie die Medien darüber berichten. Und das Ansehen der ukrainischen orthodoxen Kirche wird geringer, sozusagen, obwohl es doch eine ganze Reihe von, obwohl die offizielle Position der Kirche eine pro-ukrainische ist und es eine ganze Reihe von engagierten Mitgliedern dieser Kirche gibt, die eben alles Ukrainer sind, Millionen von Ukrainern, die dieser Kirche angehören und die jetzt in eine pro-russische Ecke sozusagen gestellt werden. Ich sage jetzt nicht mehr dazu aus Zeitgründen. Wenn Sie wollen, kann ich in der Diskussion was dazu sagen. Russland nutzt das natürlich aus. Der russische UN-Botschafter hat eine Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen wegen Religionsverfolgung in der Ukraine beantragt, gestern. Das heißt, die sagen jetzt natürlich, hier müsst ihr nur hingucken, durch Suchungen, guckt euch die Fotos an, ihr seht das, denen werden die Kirchen weggenommen, das ist Religionsverfolgung. Und sie nutzen das für ihre eigenen propagandistischen Zwecke aus. Die orthodoxe Kirche tut das und eben auch der russische Staat. Und der letzte Punkt, da ist ein Fragezeichen Annäherung zwischen den Kirchen. Eigentlich wäre es ja seit der Unabhängigkeitserklärung der ukrainischen orthodoxen Kirche eine Chance sozusagen, dass sich diese beiden Kirchen annähern, jetzt wo die nichts mehr mit Moskau zu tun hat. Ich fürchte, dass die Falken sozusagen in beiden Kirchen obsiegen werden und dass das nicht geschehen wird. Also es gäbe jetzt die Möglichkeit, es gab auch Begegnungen zwischen Priestern zum Beispiel. Es gibt manchmal auch private und persönliche Kontakte, wo das funktioniert. Aber auf offizieller Ebene findet das nicht statt, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.